Oh, ein Ghillie Suit, natürlich nehme ich den mit. So Leute, jetzt bin ich der Busch. Jetzt läuft da noch einer, Alter. Ich glaube echt alle, die können sich mit dem Busch anlegen. Jetzt bin ich glaube ich am Arsch, oder? Ne, er ist am Arsch. Okay. Busch vor Präsident, Busch vor Präsident. So Leute, ich bin es, der Markus vom Kanal GameCorp. Ich will wieder eine Runde Play-Anons Battlegrounds, eine Third-Person-Solo-Runde. Diesmal mit Greenscreen oder auch grünem Laken in dem Fall. Das heißt mal wieder gar keinen Kostenaufwand, denn das grüne Laken hatte ich schon. Da ist einer mit mir runtergekommen, okay. Und ja, deswegen sieht das Ganze jetzt ein bisschen besser aus als das letzte Video. Also so wie im Stream halt eben. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Da ist er. Okay, erstmal nichts treffen mit dem Noob Shotgun. Aber der hat eh noch einen Crossbow, deswegen, jo, passt sehr easy. Okay, mal gucken, ob mein Aim heute wieder zurückkommt, weil das war jetzt keine gute Aktion. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Airdrop, airdrop, ich komme. Da ist jemand angekommen mit dem Boot. Schuss, Träfer. Easy peasy, habe ich ihn weggemacht. Der hat mich gar nicht gesehen gehabt, oder was? Ohne AWM, Leute, ich raste aus. Ich habe eine AWM. Oh, jetzt werde ich auch noch beschossen. Okay, aber mit keiner starken Waffe, alles klar. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Jetzt die Frage von wo. Lol, ich höre einfach genau, wie einer über mir läuft. War der das? Ist echt brutal. Da ist er. So, zeig dich mal. So, okay. Wow. Ich habe nicht mal einen Headshot gebraucht. Sick. Jetzt, wo ich weggehe, jetzt, wo ich weggehe von der Brücke, kommt da einer angefahren. Lol. Danke für den Kill. Okay. Äh. Der fährt gegen den ganz, ganz dünnen Baum. Den dünsten Baum, den er gibt. Den dünsten. Den dünsten. Alter, lerne reden. Den dünsten Baum, den es gibt. Und. Oh, deswegen konnte ich ihn wegmachen. Ganz sicher. Oh mein Gott. Vielen Dank, Mate, Alter. Aber was macht der, Alter? Was machen die alle? Sind die eigentlich bekloppt? Jetzt kommt da noch einer, Alter. Der kommt auch noch angerannt. Ich raste komplett aus. Der müsste eigentlich tot sein jetzt. Egal. So, jetzt ist er tot. Okay. Den Kill, den wollte ich noch haben, Leute. Den Easy Kill, der mit der AWM. Oh, da ist ein Moped. Ach, hier ist auch der Airdrop. Upsi. Darauf habe ich jetzt gerade nicht geachtet. Leute, wo gammelt der Typ dem? Ah, da ist einer. Also, da war einer. Ihr wisst, was ich meine. Wo ist der Typ, dem das Moped gehört? Direkt vor mir. Oh, danke für die Waffe. Oh, ein Gillisuit. Natürlich nehme ich den mit. So, Leute. Jetzt bin ich der Busch. Da läuft einer. Okay. So, der Busch, der wartet jetzt auf seine Beute. Seine Beute hatte ich gerade offenbart. Der Busch kann leider nicht durch einen Zaun schießen, so wie das scheint. Warte, wo läuft der hin? Da warte ich kurz, damit ich den wegmachen kann. So. Der Busch hat seinen Opfer nicht verfehlt. Alles klar. Jetzt kommt da noch einer angerannt. Hallo, Leute. Ihr wisst doch, dass der Busch schon den Busch gelootet hat. What the fuck? Der Busch muss jetzt leider laufen. So. Der Busch hat ein neues Opfer gespottet. Und der Busch trifft, oder? Hat der Busch getroffen? Ich weiß es nicht. Jawohl. Der Busch hat getroffen. Busch for President. Busch for President. Okay, warte mal. Das macht sogar Sinn. Loll. Okay. Upsi. Nix Politik in meine Videos, please. Jetzt läuft da noch einer, Alter. Ich glaube, echt alle, die können sich mit dem Busch anlegen. Jetzt bin ich, glaube ich, am Arsch, oder? Nee. Er ist am Arsch. Okay. Wieso legen die sich immer hin, wenn sie vom Busch beschossen werden? Ich verstehe es nicht. Oh, da schießt jemand, Leute. Der Busch trifft seinen Opfer immer. Ruhe im Busch. Leute, habe ich euch schon mal gesagt, dass ich die AWM fucking liebe. Das ist einfach so... Ja, das ist so... Boah, unglaublich, ne? Busch und AWM. Ich weiß nicht, was man ein Besseres finden soll. Leute, nennt mich den Busch der Gerechtigkeit. Upsi. Erstmal so. One Hit. Okay, der Busch der Gerechtigkeit kann leider nicht durch Dreierhelme schießen. Der Busch wüsste, wo... Ah, der Busch weiß, wo... Also, da ist ein Gegner und da ist ein Gegner. Also, der eine ist jetzt runtergegangen. Den anderen kann ich jetzt theoretisch töten. Oh, lol. Ach, der eine... Der eine ist vom Berg gefallen. Der eine ist vom Berg gefallen. What the fuck? Oh, mein Gott, Leute. Das war... Ich liebe die AWM-Runde. Leute, wenn ihr eine AWM habt, dann ist Spaß garantiert. Ohne Witz. Ich hoffe, das mit dem Greenscreen hat euch hier gefallen. Mit dem grünen Laken. Lasst mir eine Bewertung da. Mir die Runde mega gut gefallen, Alter. Der Busch. Der Busch hat zugeschlagen. Busch war Präsident. Lasst eine Bewertung da. Ein Abo wäre auch nice. Und sehen wir uns in der nächsten Runde. Play on Battlegrounds. Ciao. Bis zum